Das ist die Person, die gerade jemanden umgebracht hat. So. Einfach so. Ja, okay. Atembera. Genau. Sag mir, wenn ihr zwei eine meiner preissten Steine verbrannt habt, was würdest du sagen, um deine Leben zu retten? Ich kann mich nicht entscheiden. Tja, entscheide dich. Du wolltest jetzt unbedingt schnell weitermachen, also machst du jetzt auch unbedingt schnell eine Antwort. Ich bin gut bei Reason, glaube ich. Ich nehme mal Reason. Ein Reason. Vielleicht soll ich... Immakulierte hatten ja, ach egal, ich nehme Reason. Und schon gibt's... Oh, fuck. Ja, es wäre so oder so darauf hinaus gelaufen. Ja, aber der, die das hat fünf, ich nur zwei. Okay. Also was meistens funktioniert, ist, wenn du dann immer das nimmst, was die andere in der Runde vorher... Als letztes hatte, okay. Das schlägt zwar hin und wieder auch mal fehl, aber... Okay, die hatte eine Schere. Ich habe schon mal das erste gewonnen, by the way. Okay, und jetzt dann... Oh ja, stimmt. Die hat jetzt Papier und ich die Schere. Das heißt, ich nehme jetzt Papier. Genau. Jetzt hat die die Schere, Arschloch. Ja, manchmal klappt es halt nett, aber ich habe auch schon ganze Runden einfach so durchgemacht, ein paar hintereinander. Schere. Yes. So, jetzt ist die Frage, nehme ich wieder Papier? Weil die hatte gerade Papier, aber gerade hat es mit Papier nicht funktioniert. Tja, ich würde es machen. Nein! Jetzt hat die gewonnen. Jetzt gibt es Krieg. Yo! Oder die sagt einfach, fick dich. Hm, okay. Ja, dann gibt es jetzt einen Kampf, wa? Tatsächlich. Was haben wir denn? Attenbatter und ein paar Lehrlinge. Boah, leck. Tun drehen und... Sag mal, die hat hier noch ein paar so... Ach, die Elementare vor der Tür. Ja, das heißt... Ist ja eine komische Nummer. Dann nimmst du nur einen halben Schaden, wenn du nur halb zu sehen bist? Ich nehm... Ja. Achso. Lol. Ich bin aber ganz zu sehen. Nur das Land. Du bist als ganz zu sehen. Du bist dick. Du bist noch viel dicker. Ich hab dem wehgetan. Ist das schlimm? Ach, jetzt stehst du im Weg. Ja, was kann ich da führen? Du hast dich dahingestellt. Aber hey, ich bin schon... Ich bin... Hä, ich bin vor dir dran? Was ist denn jetzt los? Ich bin auch Stunt. Ich kann ja nix tun. Das stimmt, du kannst nix. Ey. Ters. Frech werden, ja. Doch. Ich mag dich nicht in Frech. Nee, mit drei Punkten kommt die Dottie einfach nicht weit. Minus 50 Feuer, minus 25 Crushing. Was bist du? Minus 50 Wasser, minus 25 Slashing. Einfach gescheit drauf. Ach, du machst die Viecher da draußen. Ach so. Ja, aber es hat nix brav offensichtlich. Was ist denn reingelockt? Au. Hau die komische Schrolle in ihren Bademantel, nicht mich. Cool, du wirst jetzt quasi abwechselnd kalt und warm. Ja. Sie hat mir auf den Arsch geputscht. Au, super. Jetzt bin ich... Fehlgeschlagen bist du. Ja. Oh, jetzt sind wir alle auf einem Haufen. Komm, hol dein Skeletor und spreng uns in die... ins Nirvana. Ey, das wäre voll gut. Wenn du wegrennst... Oh, aber ich bin tot. Erstmal. Haha, du spasti. Au. Dafür bin... Au. In die Freie wieder. Okay. Ich lebe. Warum, weiß ich nicht? Ja, weil der Depp eher auf mich gestochen hat, anstatt auf dich. D-E-P-P. Okay, ich trinke. Ja, solltest du tun. In der Zwischenzeit unterhält uns die Lina mit ein paar so Kunststöckchen. Aha. 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 Ich sollte nochmal trinken. Ja. Mehr trinken, weniger. Aha, aha, aha. Alles klar. Was habe ich denn hier? Hier steht alle... Nein, verflucht. Hier steht alle Nein, verflucht? Geh mal weg. Ich habe noch vier Aktionspunkte. Was kann ich mit vier Aktionspunkten machen? Zustechen? Nicht viel. Ja, kann ich. Aber ich habe ja auch ganz viele Scrollen. Ich schau mal, was die Atten berat... Wobei, der vor mir ist eh halb tot. Ja, hau den doch jetzt einfach mal. Gib mir dein Leben. So, Kapuzki ist er. Das ist Sergio. Wasser mag der nicht. Sergio mag kein Wasser. Feuer, Attenbarra kann man mitfeuern. Echt, der mag kein Feuer? Ja. Du bist es dann... Mit der Lina gehe ich auf das Eis-Ding und auf die Attenbarra, weil die hat die Feuerstäbchen in der Hand. Machst du das Feuerteil hinter dir? Äh, nee. Ich bin ein Feuermagier. Ich will gern Feuer zaubern. Achso, ja, okay. Dann geh du auf das weiße Teil hinter dir. Ey, ja, okay. Das kann ich machen. Das stimmt. Tun drin. Ja, warte mal, dann... Leuchtkäfer. Oh Gott, verfackel mich jetzt ja nicht ab. Ich versuch's. Sorry, ich hab gesagt, kann ich ja noch klicken. Im besten... Im besten Fall ist es so. Ah, fancy. Cool. So, und dann, ähm... Das gefällt mir. Dafür reicht's noch. Filenced. Aha, da kannst du nichts sagen. Ihr sterbt jetzt. Okay, du kriegst ein Feil ins Gesicht und sagst, ihr sterbt jetzt. Na gut. Die Logik... Die Logik find ich logisch. Du nicht? Ja, doch. Ich sag's doch. Die Logik find ich logisch. Ich bin dran. Nein, Lina ist dran. Ich hab Feuer in der Hand. Dann kriegst das du ab. Bam, bam. Ich bin als nächstes dran. Ich bin als nächstes. Also dann irgendwann dran. Ja, das kann sich wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Echt? Ich hab Sterne. Wow. Daneben? Wow. Was ist passiert? Oh, irgendwas ist an meiner Rüstung. Ja, haha. Ja, lauft ein bisschen. Peaks. Hey. Nein. Wer ist denn ich? Du bist du. So viele Menschen auf einen Haufen. Keine in Arbeit. Du bist du. Um die Frage zu beantworten. Ja. Ich werde euch alle schlitzen. Und du bist dick. Okay, gehe ich jetzt... Ich gehe zu fliegen. Ach, schlitz einfach alles, was hier irgendwie rumfliegt. Das ist jetzt weg. Jo. Oh, mal den Attenberra. Das ist nicht die. Ja, der, die, das. Das Ding da. Der, die, das. Wer, wie, was? Wieso, wiss halt, warum? Wer dich haut, macht dich krumm. Das ist ein Explosion-Pfeil. Das ist jetzt nicht gut, glaube ich. Nein. Außer, du gehst auf den hinter dir, auf den Geomancer Apprentice. Der ist eh halb tot. Bei jedem Ziel. Wie viele Ziele gibt es denn da? Oh, nee, nee. Gar keine gute Idee. Nee, keine gute Idee. Dann, warte mal. Ich habe auch ganz, ganz klassische Feuerpfeile. Meine Füße sind kaputt. Ach, der lebt ja auch noch. Ja. Ah, ja. Huch. Huch. Oh, du brennst. Entschuldigung. Ja. Ich brenne. Oh, Dottie ist ja auch schon halb tot. Ja. Oh, warte mal, was ist das? Wasser. Dann gehe ich auf das Feuer, Viech. Ja. Ich wollte gerade sagen, du könntest theoretisch auch mal Regen machen. Das wäre... Nicht so schnell. Ja. Au, nein. Durfe Kuh. Oh, wow. Haha, wow. Geil, die können das auch. Einfach mal die Schnöpfe da weggeschmissen. Das ist so cool. Haha, da heben. Da heben. Daintia. Ey, nein, ich will das nicht verschieben. Ich will es benutzen. Ja, dann benutzt du auch. Da gibt es so ein Trick-Kamera-Drehen. Ja, aber ich gerade. Ey, auf dich. Dich giftet. Giftet. Der Typ steht vor dir, mach ihn weg. Das ist ein Nerd. Okay. Aber kaputt. Oh, der blitzt vorhin. Äh, Sergio. Du magst... Ach nee. Ah, falsche Richtung. Falsche Richtung. Jetzt hast du ihn geheilt. Ja. Ja, weil er so weiß ist. Da hab ich mir gedacht, machst du mal Feuerschaden. Ach, Bub. Ja, das ist... Das war gemein von dir. Aber schau mal, überall kommt noch Feuer durch. Ja, es kann ja sein, dass er so eine Steam-Engine hat oder so. Ah. Oh, wie geil. Ja, ich wollte es nur noch mal interessant machen. Heißt. Ah, okay. Hättet ihr auch gemacht. Sergio hat einen coolen Namen. Da muss ich doch... Der kann dann... Oh. Der kann nicht so früh sterben. Ah, was war denn jetzt... Warum? Because... Was hat die alles gehalten lassen, ey? Oh, da ist ein Witchcraft und ein Fast-Oh-geil-Fast-Shirt. Mach erst mal den kaputt und dann kannst du gucken, was da rumliegt. Ja, ich muss eh warten, bis ich mich da hingedienst. Hast du Mr. Nerd. Los, mach mal den plat. P-L-A-T. Die Dottie sollte mal aus dem Feuer raus vielleicht? Ja, vielleicht. Ich kann doch einfach mal Blub machen. Ja, aber die Dottie steht immer noch im Feuer. Ach, du lügst. Oh, unidentifizierte Dinge. Yes. Yes. What's that dream? So. Gespeichert. Was haben wir denn hier schönes? Unidentifizierte. Unidentifizierte. Ah. So viele. Fortune. Ey, so kann ich nicht arbeiten. So, Hammer. Lederarmschiene. Wasserfront. Wasserzauberstab. Ähm. Stabile Elfenerzauberstab. Das ist dann eher was für dich. Ja. Okay. Ich check hier mal aus. Tenebriumerz. Da, schau mal her. Ganz viel. Das sind militärische Essens. Es ist ein Essens. Wie mit Tenebrium umzugehen ist. Ich habe meine Augen auf die Preise. Ich habe bereits dieses Material gestern. Oh, ich habe bereits dieses Material gestern. Wer es schmilzt. Nicht jetzt. Pwa. Pwa. Ich habe doch gar nicht hingeklickt. Offensichtlich schade. Pwa. Ja, okay, warte mal. Was ist denn jetzt? Jetzt haben wir die abgemurkst. Aber warum eigentlich? Ja, weil sie uns angegriffen. Aber warum? Genau. Weil die gedacht hat, dass wir unwürdig sind, hier reinzugehen. Und deswegen wolltest du eine Antwort von mir. Und dann gab es doch Schere, Stein, Papier. Und da habe ich verloren. Die ist einfach scheiße. Ja. Ganz klar. Die Tante ist scheiße. So, militärische Schriften. Ich lese die mal. Ja, und ich fange mal das. Wie man gegen Ritter in voller Rüstung kämpft. Ein tödlicher Gegner. Okay, passt. Oh ja. Reparistisch sein. Schon lange haben wir gemacht. Ja, deswegen waren bei mir die Schuhe fast kaputt. Ja, das muss jetzt jeder mit anschauen. Ja, muss sein. Und ich muss ganz viel identifizieren. Lieber nicht, aber ich... Nein. Identifizieren. Okay, dann wo ist der Ring? Identifizieren? Haha. Ja, ich habe nur drei Loremeister. Und für manche Dinge braucht man vier Loremeister. Deswegen habe ich einen Ring, der plus eins Loremeister macht. Okay, ich habe eigentlich nur ein Wortspiel gemacht. Aber das ist gut. Ich wollte ganz viel Loremeister sagen. Und dann kommt da unser Name drin vor. Hast du geschafft. Loremeister, Loremeister. Loremeister! Habe ich das nicht gut gemacht? Hast du extra speziell dick gemacht. Mich wundert, dass jetzt hier die Dottie nichts zu melden hat, weil wir gegen die Tante da gekämpft haben. Eigentlich wollten wir uns doch hier leise bewegen. Hier ist voll der geile Bogen. Den schiebe ich mal der Dottie rüber. Eime Kiste. Boah. Oh, wenn man Haya-Bubu macht, wird man geheilt. Was? Ja. Ist ja cool. Und vor allem ganz schnell. Ist ja hier einfach mal mit der Dottie reingeschmissen. Ich habe jetzt meinen Kopf unter dem Kissen. Statt auf dem Kissen. Ist ja wie doof, aber... Da dreht er sich auf die Seite. Wie putzig. Ich habe dir ein Unterhemd geschickt. Ach, ich schlafe gerade. Was haben wir denn da? Stichwasser. 3113. Ja, und der kommt weg. Ein Unterhemd. Ein Hand. Ein Hand für die Hüter. Zwei Hand. Ein Hand. Ein Hand. So. Ippisch ist das sogar. Das ist ja crazy. Auch ippisch. Entschuldigung. Feuerresistenz und Wasserresistenz. Hm. Oder lieber Luft- und Giftresistenz. Hm. Ja, das ist was ich auch immer nicht. Wollen wir mal überlegen. Was haben wir hier? Nee, nee, nee. Das ist so besser, glaube ich. So, okay. Wie viel war das hier? Eine. Der Nerd hat auch eine. Ja, okay. Das ist nur eine. So. Bist du jetzt mal so weit, dass wir mal weitermachen können? Nee, ich hab hier fünf Stäbe gefühlt aufgehoben. Ich muss mal schnell gucken, was geil ist und was nicht geil ist. Ich hab auch irgendwie drei einstecken. Also, also. Bögen. Ja, für alle ist halt ein bisschen was. Ja, aber ich hab jetzt neue. Also, ich kann quasi alte nicht so gute aussortieren. Boah, die Roben sind ja mal Porn. No, Alter. Porno. Nicht rein, nein. Ich schick dir mal nen Gürtel. Wenn ich aber nicht will. Dann halt nicht. Schick der Dottie nen Hut. Und wenn die nicht will? Dann halt nicht. Unverwüstlich. Oh, der ist aber wirklich besser. Erde, 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 Erde. Stehen wir auf, Meister. Gott, hab ich viele Wasserstäbchen. Ich hab jetzt fünf. Wie, nicht genügend Platz. Wir haben doch wohl übereinander stellen können. Was für ein Cheat. So. Ich geh dann jetzt nochmal zurück zum Schmied. Da ist irgendwo ein Schmied? Ja. Da kann man shoppen? Ja. Da war ich vorhin. Ach so, als ich... Dass ich unbedingt dringend kommen muss. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass ich... Dass es einen Kampf gibt. Ist das hier gewesen? Ah, ja. Es war eins unten drunter. Ich bin ja schon da. So, warte mal. Was wollte ich hier wegschmeißen? Ja, ne? 60 bis 104. Yo. Dann kommst du weg. Du. Du? Du hast gesagt, er hat Geld. Das wäre voll gut, weil ich habe jetzt viel zu viel anstecken. Der hat ein bisschen Geld, ja. Du hast gesagt, Heilbubu machen. Halt. Schnell. Sehr schön. Hast du noch irgendwas? Wasser, Feuer, Feuer. Weg. Und du? Ich will mir irgendwas geiles kaufen. Teleprotection. Infizient. Das nehmen wir nochmal mit. Blendgranate benutze ich ja eh nie. Hast du mir jetzt echt den Weg versperrt? Du bist so fett, Mann. Nein, niemals. So. Du musst wieder ganz dick Paum machen. Gewandtheit. Dottie hat keine Gewandtheit. Zehn? Hm. Ziemlich ungewand. Ja, das ist... Nee. Ich kaufe mir trotzdem einen Bogen. Ja, mach nur. Mit Tenebrium-Zeugs. So, tschüss. Komm, Rockverbreit! Mein geschaufe, gib... Mein geschaufe, bleib, 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 bleib. Ach, der hat Geld. Das ist so gut. Ich habe so viel Zeug. Hab ich doch gesagt, Mensch. So gut. Ja, ich weiß. Pickaxe. Pfeerhammer. Soll ich mich nicht wegtun. So. Und das geht an dein. Jo. Was bist du für einer eigentlich? Verstärken. Körperstärkung. Schmieden. Oh, nee. Schmieden gebe ich nicht hier. Brauchst du ein Amulett, was Stärke und 50 LP macht? Ähm... Ich habe ein paar davon. Ich habe eins, was Dexterity macht und Schaden reflektiert. Also nein, danke. Verursacht eingefroren bei Kontakt. Okay, hast du vielleicht eine gescheite Waffe für mich? Nee, ich glaube, der hatte da nichts. 52 bis 86, Einhand, Rapier of the Brute. Das ist ziemlich Porno. Okay. Meine haben immer bloß um die 35, 38, 40. Also das ist geil. Kostet nur 2000. Ha. Ich nehme mich mit. Ja, so teuer ist der Typ nicht. So immer makelloser, makelloser. Lufthüter. Was gibt es denn hier noch? Laden des Geomanten. Akademie der Makellosen. Da waren wir gerade drinnen, glaube ich, ne? Jetzt haben diese denen das... Nee, die Akademie war rechts. Da war ich vorhin mal kurz drinnen. Und hier ist blutrotes Wasser. Hä? Ist ja crazy. Da kann man drin laufen. Komm, haste denn. Was macht mein Lieblings? Boosts der Targets Maximum AP bei... Ja, was habe ich denn da entdeckt? Eine Höhle. Hinterm Wasserfall ist eine Höhle. Okay. Voll die tollen Dinge. Und ich habe was gefunden. Finde ich toll. Ich bin toll? Ja, absolut. So. Willst du das vielleicht identifizieren? Schauen wir mal. Die Dottie kann da auch ein bisschen was... Ach, verdammt. Du musst mal was identifizieren. Ja, ich repariere gerade schnell die Dinger von der Lina. Ein leeres Fähigkeitenbuch der Erde. Das braucht man nicht. Ja, als würden wir sowas selber machen. Das kann doch keiner. Weiß ich nicht. Könntest du nicht? Nee. Okay, was sollte ich identifizieren? Was war es dann? Äh, sortiere einfach nach zuletzt hinzugefügt. Ich kann dir nicht sagen, was es war, weil ich es nicht identifizieren konnte. Ja, aber du kannst doch sagen, ob es eine Waffe oder keine Ahnung was war. Ich habe es dir wieder geschickt. Es war eine Waffe. Das habe ich jetzt auch gesehen. Oh, die ist... Oh, du hast mir noch was geschickt oder habe ich was übersehen? Nee, war noch ein zweites. Okay. Der Göttel vielleicht? Beine. Beine. Hast du wieder... Nee, das sind keine Beine. Schulter. Äh, ach so. Plus eins. Oh, warte mal. Kann die Dottie das benutzen? Oh, ja, sie kann das benutzen. Ach, geil. Ah, ein Timed. So. Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Ich kann noch Dinge verkaufen, Sigmund. So. Aber ich stehe hier im Blutfluss. Das ist widerlich. Beeilung. Ja, aber ich muss schliess dich doch rein. Ja, weil nur so konnte man hier den Weg finden. Oh, ja. Ich gehe jetzt da rein. Nein, du wartest doch nicht. Nein, ich kann nicht. Verdammt. Aha. Ich kann das Gebiet wegen dir nicht verlassen. Oh, ich höre hier. Ähm, ich habe... Oh, Leck. Wah. Ist voll widerlich, ja? Ihh. Da war eine Kiste? Ja, die habe ich schon leer gemacht. Ach so. Äh. Was zum Henker treiben wir hier? Ähm, gucken. Komm schon. Wird spaßig. Ich verspreche es dir. Subterranean River. Unterirdischer Fluss. Aha. Ja, da ist eine Leiche und das... Wissen Sie, Charith. Äh, da ist der Charith. Ja, da schau her. Bin ich gut oder was? Dacke, ich werde, der ist böse und... Hoffentlich gescheit. Ohne, die waren ja Freunde eigentlich, oder? Ja. Ja, so war das. Glaube ich. Aber was macht der mit so vielen Leichen? Ich weiß nicht, dass ich dich hier finden würde. Komm, wir müssen schnell gehen. Die Situation in Holm Forest ist schwer, Charith. Und diese Immaculaten sind nichts wie die in den Storien. Sie sind wickert. Wickert. Wir müssen gehen, bevor sie uns hier finden. Wickert. Ich gehöre jetzt zu denen. Ich wette, es kommt. Mhm. Oh, Beardotter. Und ich sollte sie haben. Well, du siehst, ich kann nicht nur weg. Ich bin zu Hause. Und ich habe hier gearbeitet. Und ich habe hier gearbeitet. Hallo zu ihr auch. Ja, servus. Ich habe aber breite Schultern. Und du schließt weiter vorne als die Dottie. Und du schließt weiter. Und du schließt weiter, Charith. Ich habe so viele Dinge gesehen. Aber es ist genug Zeit, um alles zu diskutieren. Als wir nach Hause zurückkommen müssen wir gehen, Charith. Before die Follower von Attenborough finden uns. Attenborough. Wie gesagt, Beardotter. Ich bin nicht weg. Die Follower ist weg. Du kennst das, nicht wahr? Du wirst, nicht wahr? Bis jetzt, Ross wird alle lebende Dinge in fünf Kilometer von der Kabin. Es ist ein Wunder, dass du dir selbst nicht zurückkriegst. Als Dienerin hat er die angesehen? Mhm. Schwein. Ihr wart es also. Ihr habt die Fäulnis über die Kreaturen von Heimatwald gebracht. Auch nur an. Hat gepubst. Ich habe mich selbst schon gemacht, aber es ist keine Überraschung, dass die Kreaturen von der Fäulnis nicht so glücklich sind. Und du, liebe Beerdotter, wie sehr interessiert, dass du nicht verletzt bist. Ja, sehr interessiert. Ich habe nie gehört, dass eine Naturale Immunität rot ist. Was eine sinnvolle Qualität. Beerdotter, dieser Jarrett ist nicht derjenige, für den ihr ihn gehalten habt. Er hat euch zurückgelassen, damit ihr an der Fäulnis verreckt. Er ist ein makelloser, so dunkel wie kein anderer, den wir bisher gesehen haben. Das kann nicht sein. Jarrett, bitte sag mir, das ist nicht wahr. Wir sind ein Pferd. Wir haben uns gefunden. Ja, so wir, nicht du. Aber du hast mich gut geholfen, und in turn, ich verletzt die Immaculatur in beide Namen. Ich konnte es nicht ohne dich, Beerdotter. Du warst essentiell. Und jetzt, jetzt kann es sein, wie es vorhin war. Together, Beerdotter, together wieder, wir werden uns verletzt die Kreaturen der Gäste und ihr rechtlichen Planen. Du, in Service zu mir, und ich, in Service zu der Einen Weg. Wie vorhin. Wissen Sie nicht, wie glücklich wir waren? Hört nicht auf diese Schlange, Beerdot. Brrrr. Ihr müsst niemanden dienen. Die dient aber uns. Nö, dienen tut sie nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob die gegen uns ist, dann. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Siehste. Ach ja, so awesome ist es nicht. Ja. Nein, Jared. Ich kann dich nicht nach diesem Weg folgen. Nicht nach dem, was du getan hast. Nicht nach dem, was du geworden bist. Du, selbstverständlich, selbstverständlich, Frau. Ich sollte dich so dumm und wild haben, als ich dich gefunden habe. Ich sehe, die Übildung hat nichts gemacht. nichts, um dich zu verbessern. Du bist kein Wunsch bei allem. Ja, der hat sie echt nur benutzt, der Arsch. Ich bin von mir selbst. Ja. Und ich selbst werde alle letzte von diesen immakulaten Zwergen beginnen mit dir. Ich stehe richtig. Ja. Ich fand schon witzig, wie du hingewackelt bist. So, der ist alleine. Ey, Arschloch, wird weg drin. Goodbye. Der ist noch alleine, okay. Nein, der ist nicht mehr alleine. Nein, nicht mehr. Blutwolf. Und Schweinchen. Wow. Okay. Äh, warte mal. Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier mal Schluss, weil es ist schon wieder Zeit. Achso, ja. Und im nächsten Video hau wir zusammen. Okay. Okay. So, seid ihr fertig? Warte mal, der macht noch was. Au. Ja, der haut dich. Au. Hör mal auf. Ich will das Video beenden, du Schwein. Stier. Ich bin zu schnell, für die Garten von dir. Jetzt. Jetzt. Okay. Also. Und tschüss. Tschüss. Ich bin zu. Das nächste Mal. Ich bin zu. Tschüss. Gos